Ich boxe jetzt die Totemsander, ich hab Totemsock. Alle Schwerter hab ich schon, doch ich mach weiter auf. Hades wäre stolz auf mich, so würd nur gedrehen. Ich hänge jetzt das Bild von Arnie auf, er würd mich heilen. Ich bete jetzt sein Sextet an, dann krieg ich Glück. Und mache weiter Totemsock, denn ich hab Totemsock. Den Totemsong hab ich geschrieben, liken und kommentiert. Ein Abo wäre auch sehr schön, darüber würd ich mich freuen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!